und Gucken wir doch mal Willkommen zurück Ich finde die Olle coole Hallo So Wollen wir denn hier noch irgendwo wachen? Ich glaube ja nicht, oder? Ich habe doch eigentlich... Was liegt da? Oh, ich selber habe das Battle Royale gewonnen Das ist einfach mega Mega geil Gut, da komme ich nicht rein Was aber hier schön ist Ich will duschen Boah Dusche ist für riesen gemacht Hm, die wollen wir hier draußen sehen Ich muss die Maschine noch kaputt machen Wo sind die? Da hinten läuft es rum Hm Ziel hat keine Granaten Das ist natürlich scheiße, ne? Das dauert ein bisschen, bis ich den wieder zünden kann Oh, wir können ihn dabei den da auch noch geben Und nebenbei knall ich ihm den noch rein Ja Ja Und jetzt ist es noch gut Und jetzt ist es noch gut Das Ding hält was aus. Fuck you! Ich erwarte euch. So. Ich bin jetzt der Schauer, weil Pupsi ist was runtergefallen. Ich bin fast am Anwesen. Gut, lande beim Pool. Diese Leute haben mir keine Wahl gelassen. Ich bin nix liegen gelassen hier. So. Ich glaub das wars. Wir hatten keine Wahl. Deshalb habe ich mich immer aus allem herausgehalten. Damit ich solche Entscheidungen nie treffen muss. Aber jetzt? Ich glaube, ein Krieg hat begonnen. Krieg ist übertrieben, oder? Und ein vorbelastetes Wort für eine Ahazaka. Hm. Denkst du das wirklich? Ich zähle nur, wie viele wir sind. Du, ich, Hellmann. Das sind drei. Oder eher zweieinhalb. Oder wäre er hier gewesen, wenn du ihn nicht... Ich hatte keine Wahl, Hanako. Ja, den können wir nicht mehr auswählen, schade. So oder so. Es ist nicht viel gegen Ahazaka und all seine Armeen. Mein Bruder ist nicht ganz Ahazaka. Zumindest noch nicht. Das weiß er auch. Und aus dem Grund umgibt er sich mit Kriminären, wie Adams Mascha. Soll mich das etwa aufmuntern? Fest steht, wir sind auf uns gestellt. Mein Vater war auch auf sich gestellt. Und hat ein Imperium errichtet. Jerell? Bitte. Ja. Hm. Mir gefällt nicht, wie sie schaut. Ist es nicht etwas früh für Champagner? Ähm, ähm. Nun, wenn es dich beruhigt, sieht dann noch irgendjemandem die Hände? Nicht nötig. Meinen Händen geht es gut. Und der Rest von dir? Ich sehe das anders. Ging schon besser. Wie meinst du das? Ich hab diese... Blackouts. Hellmann? Wenn ich raten müsste, ist sein zentrales Nervensystem durcheinander. Ha. Ein Wunder, dass er noch laufen kann. Wir müssen uns beeilen. Wenn wir mit Yorinobu fertig sind, sehen wir, was wir für dich tun können. Dann bin ich ja mal gespannt. Wenn es die Reise hinbringt. Auf. Auf. Jetzt hat es nachgeladen. Wir sind im Todesstern angekommen. Wird er es schaffen? Sollte er. Wir waren schon wieder ganz schön gefickt vom Zipf. Hier lang. Er macht es halt echt nicht mehr lang mit mit uns. Das ist eine letzte Chance. Wozu? Mir deinen Plan mitzuteilen. Was, wenn ich keinen habe? Stell dich nicht dumm, Hanako. Hm. Du und Takemura hatten einen bei der Parade. Einen Tran. Kurz darauf war nichts von ihm übrig. Und trotzdem sind wir jetzt hier. Weißt du warum? Weil man manchmal der Wahrheit ins Gesicht sehen muss. Das habe ich an diesem Tag getan. Dank dir. Du hast einen sehr ehrlichen Blick. So wollen wir den Arasaka-Vorstand also umstimmen? Ich soll sie anstarren? Und die Waffe bereithalten. Wenn mein Scham nicht wirkt, versuchen wir es mit altbewährten Mitteln. Schon verstanden. Nein. Du wirst es noch verstehen. So wie alle anderen. Ich bin schon da. Keine Angst. Wohin gehen wir? Das ist eines von Arasaka am besten gehüteten Geheimnisse. Moment. Ist... Ist das... Fatas Büro. Eine exakte Kopie des Originals in Tokio. Er hat in jeder Arasaka-Zweigstelle der Welt eins bauen lassen. Jeder Gegenstand. Jedes Detail. So angeordnet, dass er sich blind zurechtfinden würde. Fata wie er leibt und lebt. Sorgfältig penibel. Lebte. Was? Wie bitte? Du meinst, wie er lebte. Idole sind beständiger, als du glaubst. Die Frage ist, ob die Fraktionsanführer den Arasaka-Werten treu bleiben. Und ob sie den Mut haben, ihre Fehler zuzugeben. Und wie wahrscheinlich ist das? Wahrscheinlicher, als du denkst. Komm. Okay. Wir fahren nach unten? Ich sagte doch, Mikoshi kann nur von einem Raum unterhalb des Arasaka Towers betreten werden. Bevor wir die Vorstandssitzung unterbrechen, müssen wir noch eins tun. Hä? Ich habe immer mehr das Gefühl, du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Vermutlich, weil ich dir nicht die ganze Wahrheit sage. Und dann... Ich bin vorsichtig. Ich dachte, wir vertrauen einander. Zwischen uns herrscht nun Vertrauen. Deshalb bist du hier. Obwohl ich vorher, kurz nachdem du mich entführt hast, deinen Rat gesucht habe. Ähm... Wessen? Vaters. Das Büro ist nicht die einzige Kopie hier. Was? 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 Was... Warum bin ich hier? Ich wollte dich selbst sehen. Und warum? Ton? Ich tue das hier nur für mich Und ich werde nicht hinter einer Glasscheibe enden Ich werde nicht hinter einer Glasscheibe gehen Blubblub? Ich... Johnny... Nein! Nicht jetzt! Es dauert nicht mehr lange. Wie? Bleibst du bei uns? Ja, aber ich werde minütlich schwächer. Wir müssen uns beeilen. Das sollten wir. Es sind schlimme Momente. In gewisser Weise, ja. Soll heißen? Inwiefern sie an mich glauben oder an mein Geld, das weiß ich nicht. Das macht für sie wahrscheinlich keinen Unterschied, oder? Du nimmst nie ein Blatt vor den Mund. Deshalb hast du mich hergebracht. Oh, schön. Ihre Beweggründe sind ja auch egal. Solange sie in die richtige Richtung schießen. Wenn es unvermeidbar ist. Und nur dann. Du meinst, wenn der Vorstand uns kein Wort glauben will. Das ist nun im Haus. Falls. Nicht wenn. Schon geil. Und dann... soll ich die auch... neutralisieren? Halte deine Waffe bereit. Und kein Wort, bis ich es sage. Ganz egal, was passiert. Du musst mir vertrauen. Es ist eine Insel. Nur eine. Mit 12.000 Einwohnern. Wir könnten sie umsiedeln. Auf andere Inseln. Ist doch ein Archipäer. Das klingt sehr... Das klingt sehr... Entschuldigung. Ich bin zu spät. Hanako? Was tust du hier? Mein Bruder. Wo ist er? Er... sagte, wir sollen ohne ihn anfangen. Gut. Dann beginnen wir ohne ihn. Beginnen? Was? Die Enthebung Yorinobus von seiner Position als CEO von Arasaka. Hab ich richtig gehört? Was... Was tun sie da? Sie können doch nicht... Hanako. Ich glaube, sie schulden uns eine Erklärung. Wie? Das ist dein Platz. So. Hast du gehört? Pflanz deinen Arsch woanders hin. Das ist skandalös. Sehr freundlich. Yorinobu hat meinen Vater ermordet. Und seinen Tod für seine Kriegshetze ausgenutzt. Und sie wussten davon. Sie alle. Faszinierend. Absurd! Was sagst du da? Ach, nichts als Lügen. Haben sie noch etwas, außer Anschuldigungen? Einen Augenzeugen. Es ist wahr. Alles. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Was hast du gesehen? Ach, wie Yorinobu seinen eigenen Vater erwürgt hat. Wird ja immer interessanter. Zugegeben, eine ernste Beschuldigung. Aber nicht mehr. Wenn unsere Aussagen nicht ausreichen. Vielleicht hören sie ja auf meinen Vater. Oh. Miesage hatetet yatsura me. A-Arasaka-sama? A-Arasaka-sama-kläbchen. An acta-ma-ma-no-jona-jona-jona-ja. A-Arasaka-ma-jona-jona-jona-jona-jona-ja. Omaeには 3つのものが欠けている 自身,自性,そして根性だ Arasaka-sama 見たところ,あれから何も変わっていないようだな Er ist es Großvater, wie lauten Ihre Anweisungen? Hanakoの指示にしたわえ 私の言葉は全て私の言葉が同じだ 何が起きているのか? 何が起きているのか? 誰が起きているのか? 誰が起きているのか? 何が起きているのか? おそらくが起きているのか? あなたが起きているのか? はじめとりあえないように 追い込みたか? 火焦きがいた! Ich habe sie! Sie sind hier! Vorwärts! Komm schon! Verwärts! Lade nach! Da! Elite-Einheiten? Wer wollte? Uns neutralisieren! Alle gleich auf einmal, ja klar! Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich fluche Leute zusammen und übernehme den Arasaka-Tabon. Du suchst meinen Bruder. Dieser Fahrstuhl bringt dich zum oberen Atrium. Von dort erreichst du Yorinobos Etage. Ich will ihn unbedingt lebend haben. Lebend? Nach all dem? Er ist mein Bruder. Wenn ihm auch nur ein Haar gekrümmt wird, ist unsere Abmachung nichtig. E. Okay. 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 Was? Da ist noch einer! Er hat kein Recht zu leben! Nix da! Oh! Oh! Wo kommen die jetzt? Der hier? Oh! 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 ich doch etwas nehmen. Wo kommen die her? Wo ist mein Licht? Was ist da los? Geht an und geht wieder aus? Wieso, weshalb, warum? Das muss ich mir doch glatt mal angucken. Also, werde ich euch mal kurz in die Pause hauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Glück. Glück. Bis zum nächsten Mal. 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 warte mal das können wir auch ganz anders lösen